Ich bin die Paula und bin Technikerin bei der ASFINEC in der Bauabteilung. Das war über das Pflichtpraktikum, habe mich quasi bei der ASFINEC beworben. Meine Kolleginnen und Kollegen schätze ich besonders für die herzliche und wertschätzende Aufnahme vom ersten Tag an als Praktikantin. Ich wurde sofort als vollwertige Kollegin aufgenommen und werde bis heute noch sehr geschätzt. Ich bin stolz darauf, bei der ASFINEC zu arbeiten, weil ich jetzt sehen kann, wie viel Zeit und Geld investiert wird, um die Einschränkungen für den Autofahrer möglichst gering zu halten. Einen typischen Arbeitsalltag habe ich nicht. Es ist sehr unterschiedlich, was die Aufgabenbereiche sind, je nachdem, welche Projekte man behandelt, welche Projekte in welcher Phase die sind. Besonders Spaß an meinem Job macht mir, dass ich meine Eigenschaften gut einsetzen kann. Ich behalte gern den Überblick über alles und organisiere gern Projekte. Bei der ASFINEC habe ich sehr vieles gelernt, weil unser Aufgabenbereich sehr breit gefächert ist. Von Gesetzen und Paragrafen über interne Richtlinien als Auftraggeber bis hin zu technischen Richtlinien auf der Baustelle selbst. Fühlst du dich angesprochen und möchtest bei der ASFINEC arbeiten, dann bewirb dich jetzt! ...